Fußball wetten 19.09.2019 Gewinn, 718 Euro Stringtheorie Autor deseltsamec Kenzi YouTube, die von mir gestern Morgen herausgegebenen kostenlosen Fußballprognosen über die Europa-Liga waren zwar knapp, haben trotzdem immer noch einen Nettogewinn von 718 Euro gebracht. Auch hier hat es sich wieder mal gezeigt, dass es erforderlich ist, unentschieden mitzuwetten. 0,02 Euro 9,41 Euro Eindhoven Lisboa 1 und 0,3 zu 2, 1 Euro 80, 16 Euro 93, Rennes Glasgow 1 und 0,1 zu 1, 3 Euro 10, 52, 48 Euro Est Barcelona Budapest 1 und 0,1 zu 1, 4 Euro 40, 230 Euro 92, Gendstätien 1 und 0,3 zu 2, 2 Euro 5, 473 Euro 39, Beograd Alkmaar 1 und 0,2 zu 2, 3 Euro 20, 15, 114, 84 Euro Wolfsburg Alexandria 1 und 0,3 zu 1, 1 Euro 15, 1742, 2007 Euro 2 mal 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 2 gleich Schrägstrich 1024 Einsätze Schrägstrich minus 1024,00 Euro 718,07 Euro